Yo, was ihr hier hört, ist Christian Morgenstern, die drei Spatzen am Mic, Emil. In einem leeren Hauseschrauch, da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch. Der Erich rechts und links der Franz und mittendrin der freche Hans. Sie haben die Augen zu, ganz zu, ja zu. Und oben drüber, da schneit es, hu. Sie rücken zusammen, dicht an dicht, so warm wie der Hans, hat's niemand nicht. Sie hören alle drei ihr Herz lang gepocht und wenn sie nicht wechseln, so sitzen sie noch.